Die Fußball-Lehm in Deutschland und die Copa America in den USA finden aktuell statt und die besten Spieler der Welt kämpfen dort um die Titel. Aber die große Frage bleibt, bei welchem Turnier spielen denn nun die besseren Spieler? Das werden wir heute gemeinsam rausfinden, denn ich habe ein Euro-20-24-Allstar-Team und auch ein Copa America-Allstar-Team zusammengestellt, die in fünf spannenden Challenges gegeneinander antreten müssen. Beginnen wir bei der Teamvorstellung mit dem Euro-Team, das von Real Madrid vertreten wird. Und man mag es kaum glauben, aber Marc-André Ter Stegen hat es dort endlich mal ins Tor geschafft. Mit Josh Kimmich als Rechtsverteidiger ist direkt der nächste Deutsche am Start. Neben ihm Van Dijk in der Innenverteidigung und dann die beiden Portugiesen Ruben Dias und Joao Cancelo. Im Mittelfeld soll Rotried der defensive Abräumer sein, De Bruyne und Bellingham sollen die Bälle verteilen und Wirtz, der soll vorne für die Zauberpässe sorgen. Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die Eins. Und zwar einerseits auf Harry Kane und andererseits auf Kylian Mbappé. Ja, dieses Team ist absolute Weltklasse und wenn wir die Ersatzbank sehen, da haben wir einen Toni Kroos, einen Ronaldo und einen Lewandowski mit einer 90. Das ist bombastisch. Das Team der Copa America-Allstars, vertreten von Inter Miami, muss sich aber auch nicht verstecken. Dort hütet Liverpools Alisson das Tor und vor ihm auch zwei weitere Brasilianer mit Eder Militao und Marquinhos. Links hinten verteidigt der Argentinier Marco Sarkunia und hinten rechts muss Arojo aus Uruguay aushelfen. Ebenso aus Uruguay Federico Valverde, der erste zentrale Mittelfeldspieler, neben Alexis McAllister aus Argentinien und dann der nächste Argentinier, Lionel Messi natürlich. Er ist die Schaltzentrale im offensiven Mittelfeld und soll die Bälle verteilen auf Lataro Martinez im Sturmzentrum und Vinicius Junior sowie Rodrigo auf den Flügelpositionen. Auf der Ersatzbank haben wir auch noch einige hohe Ratings am Start, aber nicht ganz so hoch wie bei den Europameisterschafts-Allstars. Hier seht ihr die beiden Teams auch nochmal im direkten Vergleich. Die Europameisterschafts-Allstars haben die Lase zwar leicht vorne, aber im Fußball ist alles möglich. Ja, das ist richtig. Wir legen los mit Challenge Nummer 1 und dafür geht's direkt in ein von mir gegründetes Euro-Copa24-Turnier. Neben den EM und den Copa America Allstars dürfen noch 14 andere Teams in dem Wettbewerb antreten. Aus Amerika haben sie aber mit Argentinien und den USA leider nur zwei weitere Mannschaften ins Turnier geschafft, weil EA sonst keine Lizenzen hat. Aber trotzdem haben die EM Allstars direkt eine Krachergruppe erwischt, mit Belgien, Deutschland und eben Argentinien. Etwas leichter die Gruppe der Copa America Allstars. Italien, Polen und die USA. Die haben es auch geschafft, die zu bekommen. Wir gehen rein ins Turnier, gucken wer weiterkommt. Die EM Allstars direkt gegen Deutschland und da gibt's eine Niederlage. Bleibt die Frage, startet der Team Copa America gegen Italien besser? Yep, mit einem 2-1-Sieg. Aber keine Sorge, Freunde, das war erst der erste Spieltag. Hier kann noch viel passieren, denn es gibt in der Gruppenphase hin- und rückspiel. Trotzdem ist für Team Europa gegen Argentinien schon etwas Druck drauf. 1-1 nur. Team Copa dafür mit dem nächsten Sieg. Und den brauchen die EM Allstars jetzt endlich mal gegen Belgien. 2-1, groß in der 88. Das ist der Gamechanger. Und Team Copa lässt zum ersten Mal Punkte liegen. Dennoch reicht's nach der Hälfte der Gruppenphase für den souveränen ersten Platz beim Team Copa. Das Team Euro 2024. Aktuell dritter. Heute wichtiges Spiel gegen Antinien. Muss man gewinnen. 3-2 Sieg. Yes. Und Team Copa kann gegen Italien alles klar machen. Aber 1-3 verloren. Puh, und jetzt top-doll Deutschland gegen Team Europa. Und das gewinnt Team Europa mit 2-1 jetzt. Oh, ein Schützenfest für Team Copa. 4-2 Sieg. Und auch das letzte Gruppenspiel gewinnt Team Europa mit 2-0. Aber auch Team Copa lässt sich nicht lumpen und... Achso, ne Sekunde. Die haben 1-2 verloren. Das war kacke. Für das EM-Allstar-Team hat's am Ende dann sogar noch für den Gruppensieg gereicht. Das Team Copa wurde nur Zweiter. Und im Viertelfinale müssen sie einfach direkt gegeneinander ran. Das muss man erstmal realisieren. Oh, die Spannung steigt, Freunde. Wer kann dieses direkte Duell hier entscheiden? Und die erste Challenge gewinnen. Antwort, Team Europa. 2-mal Mbappé macht den Unterschied. Ja, hier die Bestätigung. Team Copa ist ausgeschieden. Und der erste Punkt geht an die Euro 2024 Allstars. Die jetzt im Halbfinale auch noch gegen Spanien ran dürfen und im Finale stehen. Er legt mich doch am Zügerli. Und dort der Klassiker gegen England. Aber reicht's für einen Sieg? Antwort, nein, Harry Kane macht den zunichte. Aber hat auch beim Team Europa getroffen. Aber keine Sorge, Freunde. Im zweiten Duell kann das Team Copa America direkt wieder ausgleichen. Und dafür geht's in ein direktes Duell. Doch um es noch spannender zu machen, gehen wir nicht in den normalen Modus, sondern in den Survival-Mode. Und am Pfiff. Ich freu mich auf eine richtig spannende Begegnung. Die ersten 15 Minuten bislang noch sehr ruhig gewesen. Jetzt vielleicht. Jetzt aber die Chance für die. Europa-Mbappé wird gut abgelaufen von Marquinhos. Oh, dafür dieser Passfehler von Marquinhos. Die EMO-Stars kommen wieder. Mbappé über außen. Ganz gefährlich. Nicht schießen lassen. Nicht, ja, Mbappé Pfosten. Was ist das für eine... Wie geht der nicht rein, Junge? Guckt euch die Szene nochmal an, was hier alles passiert. Bam, zack, zung. Das können wir in Slow-Mons nochmal angucken. Hier, Mbappé mit dem Fehlpass an dieser Stelle. Dann kommt er irgendwie mit Dusel hier nochmal in die Murmel. Zieht direkt ab. Und den hat Alisson, der einfach hier gegen den Pfosten deppert. Unglaublich. Oh, und jeder Militao zieht den Sprint an für den Konter. Guter Ball auf Lautaro Martinez. Messi. Der kann was zaubern. Der kann was zaubern. Ne, lässt sich von Kimmich die Murmel abluchsen. Aber jetzt Kane. Guter Ball in die Mitte. Bellingham. Militao blockt den. Wir sind mittlerweile schon im zweiten Durchgang. 47. Minute. Rodrigo. Die Flanke. Boah, die muss er besser bringen. Man merkt, beiden Teams hier die Anspannung an. Jetzt aber. Harry Kane. Guter Ball auf Mbappé. Bellingham. Der wird schießen. Der wird schießen. Der wird schießen. Ne, er spielt nochmal auf Mbappé. 1-0. So schnell kann es gehen. Team Europa führt mit 1-0. Aber das bietet jetzt natürlich eine Chance für Team Copa. Denn Survival-Mode. Mbappé musste den Platz verlassen. Und mit einem Mann mehr auf dem Feld. Muss doch jetzt was gehen. Gute Flanke. Kommt. Wäre Zufall zu Messi. Der scheitert an Ter Stegen. Hätte eigentlich alles richtig gemacht. Winkelspitz und Ter Stegen. Ist auch gut unten. Und es gibt den ersten Wechsel beim Team Europa. Lewandowski. Kommt für Kane. Und dann direkt der nächste Wechsel. Bruno Fernandes für Flo Wirtz. Macht keinen Sinn. Aber jetzt Showtime für Team Copa. McAllister. Schießen. Wird geblockt. Messi. Messi. Schießen. Schießen. Abspielen. Keine Ahnung. Irgendwas machen. Weil Werde. Das ist zu langsam. Ah. Team Copa America läuft die Zeit davon. 20 Minuten nur noch. Mini Junior. Guter Schnittstellen. Pass auf McAllister. Der muss jetzt einfach ruhig bleiben. Schiri. Elfmeter. Oh. Da hat das Team Europa, glaube ich, Glück gehabt. Wir gucken einfach auf die Wiederholung, Freunde. Spielt Van Dijk hier den Ball oder den Gegner? Oh. Der sieht sehr stark nach Gegner aus. Aber hat er davor hier im ersten Moment den Ball berührt? Ich glaube, er spielt zuerst ganz, ganz knapp den Ball. Hier ist noch Abstand zwischen den beiden Knien. Jetzt vielleicht die Möglichkeit. Aber gut, Van Vini Junior Fall Werde. Aber der braucht sieben Minuten, um sich die Murmel runterzustoppen. Oh je, zehn Minuten noch. Es wird nicht mehr viele Chancen geben. Ja, und daran wird auch ein Wechsel in der 89. Minute jetzt nichts mehr ändern. Antwort, genau so ist es, Freunde. Denn das war der Schlusspfiff. Und Team Euro 2024 gewinnt auch ganz knapp das direkte Duell. Damit führen sie nach Duell Nummer zwei. Jetzt mit 3 zu 0. Denn was ich euch noch nicht gesagt habe, jede Challenge gibt einen Punkt mehr als die vorherige Challenge. Für die dritte Challenge werden somit drei Punkte vergeben. Und dafür geht es in eine Super League Saison. Ich habe die beiden Teams dafür in eine Liga mit 24 der besten Teams der Welt gesteckt. Wir werden eine Saison simulieren. Und wer besser abschneidet, bekommt die nächsten Punkte. Ach so, und ich habe außerdem noch Schalke und den HSV in die Liga gepackt. Sollte eins der beiden Teams hinter denen landen, dann verlieren sie das Battle sofort. Kurzes Zwischenfazit zum 1. Januar. Da besteht noch keine Gefahr, denn Schalke und Hamburg sind mit Abstand letzter. Und Schalke ist sogar letzter, obwohl sie zwei Spiele gewonnen haben. Der HSV nix gewonnen. Aber zehnmal unentschieden. Das geht einfach nicht. Aber interessant wird es, wo die beiden All-Star-Teams sind. Und die sind oben gelandet auf Plätzen 2 und 4 aktuell. Beide punktgleich. Das wird noch richtig spannend bis zum Schluss. Vielleicht kann ja auch jemand Meister werden hier. Lul, Freunde. Nochmal ein kurzes Update nach 35 Spieltagen. Ihr seht es. Ich bin auf einmal Schalke-Trainer. Wurde nämlich entlassen. Und jetzt ist Schalke schon vorletzter. Aber noch viel überraschender. Team Copa ist vier Punkte vor Team Europa. Können sie das über die Ziellinie bringen? Gleich sind wir schlauer, denn die Liga-Saison ist endlich beendet. Ich bin mittlerweile Trainer beim HSV. Es ist komplett lost. Und Schalke wurde tatsächlich noch letzter Junge. Das muss man erstmal realisieren. Aber das ist völlig wurscht. Wir wollen wissen, wo sind Team Copa und Team EM? Sie werden wahrscheinlich wieder unter den ersten sechs sein. Sie sind unter den ersten fünf. Der vierte ist Man City. Der dritte Platz geht an Team Copa. Der zweite am PSG. Und erster sind tatsächlich noch die EM All-Stars geworden. Punktgleich. Und fünf Punkte am Ende vor Team Copa. Ei, ei, ei. Haben Messi und Kodas am Ende tatsächlich noch verkackt? Und die nächsten drei Punkte gehen an die EM All-Stars. Und außerdem wurde Harry Kane von Team Europa auch noch Top-Torjäger. Und weil die mittlerweile mit 6 zu 0 führen, ist das nächste Spiel schon ein Matchball-Spiel. Es geht für Challenge Nummer 4 in ein Elfmeterschießen. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Von den Elfmeterwerten hat natürlich wieder Team Europa die Nase vorn. Aber wird das hier wirklich ein so klarer Sieg? Rodrigo für Team Copa trifft mal den ersten. Die haben den Vorteil, sie dürfen anfangen. Harry Kane. Oh, genau mit dem Pfosten. McAllister, argentinischer Weltmeister. Und Elfmeter, die Kanna. Die der Nember P. Kann das eigentlich auch. Hatten im WM-Finale schon dreimal getroffen. Jetzt wieder. Marcos Acuna. Kein Druck. Boah, der ist genau im Kreuzek. 5,5 Meter, bislang alle drin. Kevin De Bruyne als nächstes. Oh, der schießt dem einfach nach. Lionel Messi. Wenn er verschießt, nicht er, nicht er. Oh, nein, nein, nein. Das lässt er sich nicht anmerken, der Altmeister. Jude Bellingham. Wenig Tempo. Wenig Tempo, Alisson hat ihn. Oh mein Gott, das ist der Matchball für Lautaro Martinez. Macht er den, ist Team Copa weiterhin in dieser Challenge vertreten. Und den haut er ganz kompromisslos rein. Damit holt sich Team Copa Challenge Nummer 4 und kann auf 4 zu 6 rankommen. Es entscheidet sich ja heute also alles in der letzten Challenge. Der Winner takes it all und es geht rein in den schnellstes Tor-Modus. Beide Teams müssen dafür in einem direkten Duell gegen das schlechteste Team in FIFA, UCD Dublin, antreten. Und in dem Spiel zählt jede Sekunde. Denn die Mannschaft, die früher ein Tor gegen Dublin schießen kann, die holt sich diese fünfte Challenge. Und das Team Europa darf vorliegen. Fünfte Minute, direkt der erste Angreif über Joao Cancelo. Der spielt auf Harry Kane, der auf Wirtz. Der muss das Tor machen. 5 Minuten 17 sind auf der Uhr. Das ging flott. Und exakt 5 Minuten und 17 Sekunden bleiben jetzt auch Team Copa. Das ist die erste Balleroberung. 2,5 Minuten und sie starten den ersten Angriff. Lautaro Martinez legt nochmal zurück auf Rodrigo. Der wird geblockt. Oh mein Gott, und jetzt ist es spannend, Freunde. Wir lassen die Uhr durchlaufen. 4 Minuten 24, Winnie Jr. an der Kugel schießt, schießt. Der geht rein. 4 Minuten 50, das sind 30 Sekunden früher. Und Team Copa America holt sich diese letzte Challenge. Was ein Longshot von Winnie Jr. Der passt ganz genau. Und wer hätte damit gerechnet? Ich jedenfalls nicht. Aber genau das macht diese Battle sehr so spannend. Und in dem Video findest du jetzt direkt ein weiteres spannendes Battle.